Wir haben das Fernsehen erfunden. Und seitdem nie aufgehört, nach vorn zu schauen. Das liegt einfach in unseren Genen. Weil wir etwas können, was sonst keiner kann. Die Dinge so gut zu machen, dass man sie unbedingt haben will. Weil wir den Mut haben, immer neue Wege zu gehen. Weil wir Freude transportieren. Und verstehen, wie man Hightech und Einfachheit vereint. Weil wir aus Herzblut und guten Ideen etwas machen, das mehr ist als ein schönes Stück Technologie. Begehrlichkeit Beweuge Beweuge Untertitelung des ZDF, 2020